so ein ganz herzlich willkommen zum neuen passen als bei spyro reich nitro loge ich habe einfach nur unter wort und ich hoffe ja ich denke mal ob wir auch darauf bock haben wir ein bisschen dabei zu sehen ja viel spaß sorry dass ich so ein bisschen heute hier langsam bin aber gut ich wollte aber letztes mal genau ich wollte diesen drachen irgendwo auf so aber ich habe mir gerade gefunden deswegen guck mal ob ich ihn hier finde ich vergesse woher ist eine andere richtung oder bin ich gerade falsch ich habe das gewirkt der hier ist deswegen gut und man hier ganz kurz das ist jetzt hier nicht ich komme mich nicht drauf klar weil ich bin hier irgendwie verwehrt die ganze aber okay das ist auch hier ja kann auch hier ist ja doch bestimmt bestimmt ist ja hier weil ich will mal was falsch gemacht habe jahre war klar nach dieser ja hallo ich habe drauf ich kann ich werde verarscht oder ich werde ich verarscht okay noch mal im cut machen jetzt war sie zumindest wo es hingeht und die quasi zumindest wird auch weiter geht genau ich frau mich darauf ist genau so muss es sein das reicht mir ja hau ab du auch noch ja ach hier ist war auch cool dann müssen wir gleich mal ein bisschen laufen ja geiler scheiß wir müssen gleich mal ein bisschen laufen gut dann haben wir es ja noch besser ihr lieben sehr gut da müssen wir ein bisschen laufen wir wurden doch auch gerade geportet ja dann haben wir ja glück gehabt aber habt ihr auch gerade gesehen ob ich hier gerade geportet bin ob ich gerade ein bisschen geportet werde okay ja ja ich muss die geportet erst mal besser kapieren und auch stecken aber okay ja gott die lichtiger ist bis kack ab ist egal wo es sein alles gut es war meine schuld egal soll es auch hier bei der wachen ist kein kratzen machen okay wenn es okay ist für dich so ja komplett jetzt kommt die sonnenstrahlen wieder heraus jetzt kommen wir haben jetzt kommt schon wieder diese scheiß sonnenstrahlen raus im karten okay wenn es okay ich kann nicht bei einem unterbrechen ich mache nicht unterbrechen ich will eigentlich nur cutten also eigentlich will ich nur cutten einmal so und das habe ich auch gemacht jetzt habe ich auch getan ich habe gerade nur unterbrechen gewollt und jetzt mache ich jetzt mache ich bin dann habe ich aber auch schon gemacht okay also alles gut und jetzt hat mein leben mehr gut und jetzt wurde ich die den krachten ich kann doch nicht mal hier auf dem jungen das ist immer gleich mit der scheiß sonne das problem ist wenn ich mal aufnehmen möchte dann muss natürlich herauskommen aus egal muss es sein soll jetzt aber bitte kommen er ist doch unterschiedlich oder ich ohne witte es war gut so ist wo ist der tag jetzt wo ist da jetzt wenn wir aber trotzdem ich will auch noch ein bisschen spaß haben und guter laune auch haben ist mir auch ganz wichtig ihr lieben so wo ist er jetzt da hinten ist er bestimmt irgendwo ich komme gar nicht mehr zurecht in diesen diesen spiel irgendwie gar das hobby wo ist der drache gerade im pack nochmal wo ist der jetzt wo ist der drache wo ist der drache hier vielleicht irgendwo jeder auf keinen fall sich dachte daran ich hier ist ein guter nicht ein kurzer hat noch mal warst und mich auch kein problem aber ich habe ein bisschen doof dass ich gerade hier kaka aber sie gar nicht muss sein naja ist egal naja ist ok ach man ich fühle mich verarscht weil ich nie weiter kommen ich will auch ich will eine weiter kommen oder nicht ich glaube schon dass ich nur weiter kommen möchte nicht mehr aber gut ich habe ich habe ich habe die sache nicht aber ist egal wer muss ja trotzdem hier umgucken das ja auch eine ganz gute idee auf jeden fall zumindest will ich ja das sind für den drachen diesen drachen den ich auch der letzte mal gut gefunden hat ist auch vielleicht hier oben bei der ausnahme hier oben suchen muss oder auch woanders wir schauen wir mal hier wir schauen wir schauen wir eben hier um vielleicht auch irgendwo hier der drache den ich suchen möchte genau kann er auch seine lieben ich komme nicht darauf klar war okay so ja auch gut dann nicht ja und ist unfair ich habe ihn ich habe ihn auf jeden fall angst mit diesem scheiß feuer brennzeug aber gut dann halt eine andere richtung wo es gerne jetzt wo ist die andere richtung wo ich jetzt hingehen kann 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 auch mann ich will auch nur wissen wo er drache ist man nicht brauchst drachen doch jetzt bevor ich das ja alles abschließen ja auch nicht nein ich kann auch nicht durch genau ich kann man nicht durch ja so soll ich brauche ich ein bisschen lange aber gut ja wo ist das hier verarscht mich gerade aber doch mal der war gerade der spielverlauf hier oh mann ach gut ich habe schon wieder so viel wahrscheinlich ich raste ausgleich hier ich mache das kein ich mache das kein unnötigen part wie wir wir letzten mal habe ich das gefühl gehabt aber gut so hier ist nicht oder hier nix 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 gar nicht okay gut so was ist denn jetzt hier hier ist auch nicht oder glaube ich ich habe an bocken ich will einfach jetzt woanders machen ich kann mir gerne mal schreiben wo ich hin soll mit diesen drachen wo ich das ja wirklich seine von euch ja wirklich jetzt das wäre ich nicht von euch okay dankeschön dann ist leicht wie dann keine bin認eniz wenn du Untertitelung des ZDF, 2020 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 aha voll gute idee ja dann gehen wir einfach jetzt in diesem land hier in diesen schönen weiß ich nicht was es ist es ist ein klippes hat okay ist eine klippes stadt klar machen wird ja sehr nah ist echt geil gemacht ich freue mich darauf diese insel hier noch auf diese tatschen und das war auch glaube ich ein bisschen wissen ja so ein bisschen wissen möchte auf jeden fall es wäre egal glaube ich doch ja wir sind leider gestorben aber ich hoffe ich hoffe wir werden trotzdem irgendwo nähe von kack von den kacken insel ein am start sei es ein bisschen doof aber okay er hat dann hat machen wir es also da machen wir es halt so aber irgendwie dauert es hier lange das ist es halt vorbeigeht oder wirst das halt hier geladen wird aber gut aber gut ich habe ja auch ich habe auch gute katze für das gute sind wir nicht mehr da aber wir sind hier in der originalstadt wo wir genau wissen hier wir sind hier in dieser gewirkswüsten stelle ich weiß auch nicht was heißt genau aber wir wollen jetzt hier in dieser klippen kloppen klippen als stadt reingehen oder war es einfach jetzt bisschen aufhalten dann würde ich sagen machen auch einfach die idee hier und deswegen ist glaube du musst sagen es genau und dann bin ich ja schon wieder genau da sind wir schon wieder und jetzt wird sagen gucken uns diese geil als hat an uns halt verkacken ja um woher wusste ich wusste auch nicht ob ich dann so schnell sterben werde und ist halt auch eine verarsche also eigentlich jetzt ich kann jetzt ich kann jetzt schon von anfang sagen das ist ein verarsche war dass ich gerade getroffen wurde und dann muss ich da muss ich schon wieder an da muss ich schon wieder von dieser wüstengewigswelt hier versuchen hinzukommen deswegen jetzt doch ich wurde halt ich wusste also noch nicht so richtig wie jeder umgehen kann und jetzt weiß ich habe zumindest hier ist so geht hier aber trotz das ist echt alles halt jeder cowboy kann man sagen und das ist eigentlich ein cowboy doch eigentlich schon ja es ist echt ein bisschen abpackt aber es geht schon ich muss ein bisschen erkennen lernen ja und ich bin auch nicht ohne fall menschen das problem ist ich habe schwerigkeiten beim unterfallen aber ich darf auch nicht unterfallen und jetzt auch kann man jetzt echten schoss klar also so wird die sind echt oder schade geht er hier muss ein bisschen mehr ich muss noch ein bisschen mehr diese diese als aktivität von dennoch heller aber es geht schon ich muss noch ein bisschen mehr kennenlernen gelieben aber nur trotzdem gute musik und ja es will auch echt spannend glaube ich deswegen ja wenn ich mal die auch nicht einfach aufgegeben doch jetzt versuchen wir diesen misskellen zu überlegen nehmen so geht es aber jetzt mein gott also das ohne witz die sind echt kacke ich halte das ist echt kacke jetzt aber nein jetzt aber warum kann man nicht um recht leicht die frage der mensch wenn ich wollte oder ich werde die zähl voll warst das ist eine verarsche oder was also dann da stehe ich ja auch da verstehe ich ja auch dass ich da so einfach gestorben in meinem ersten treffer hier in der klippung stadt genau dann habe ich dann aber trotzdem jetzt werde ich hier vor king farin dreimal und aber okay man kann den anderen ok jetzt war der bescheid gut man kann nicht machen nicht umfassen oder was auch mal ist aber ist leider nicht doch kann man ich weiß nicht doch kann man aber gut dann nicht naja ist halt neuer anfangen den ich noch keller muss deswegen sorry aber ist okay aber man kann sagen es ist auch ein wüsten map aber so ein bisschen anders auf jeden fall nicht die original statt wo immer gebraucht werden wenn wir sterben aber okay gut alles klar dann ist auch alles gut naja gut dann habe ich ja auch noch ein bisschen glaubt salat so ein einmal so was okay ist ja vielen dank genau ja was soll jetzt machen wenn ich da jetzt hingehe und nein ist ohne bitte was so komm jung 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 so jetzt würde sagen traue ich mich weiter aber wir müssen uns da hintrauen aber wie mache ich am besten denn wie mache ich am besten wie denn bieten wieder ich traue mich nicht und scheiße können auch geht nach lauern und die mich können wie einfach wir können wir einfach weg und einfach bekommen könnten deswegen muss er aufpassen aber wie mache ich das so so vielleicht ja ich glaube ich versuche ich versuche da jetzt hinzukommen und dann vielleicht nicht an sich zu trauen doch so dann machen wir doch jetzt so das go so alles klar gibt es aufpassen genau angreifen zuvor angreifen lassen nicht gestorben also nicht daumen gemacht werden da gemacht werden auch so ein gegner okay alles klar gut alles klar macht ja so ist echt gemacht meiner mauer nach doch aber wie richtig jeder jetzt einfach jetzt zerstört ich hab echt bin ich jetzt aber okay ich muss halt ein bisschen trauen wie marie am besten denn ich kann mich entscheiden was kurz so und jetzt hoffentlich hält mal wenn es okay ist jetzt habe ich auch nicht mal ich habe nicht mal ein problem und ja ist okay aber trotzdem ist es doof dass ich jetzt irgendwie auf das spiel konzentrieren kann dass ich so ein bisschen abgelenkt bin aber egal okay 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 ein guter YouTuber würde es rauskasten aber ich bin dumm und mache es nicht weil ich doof bin weil ich doof bin ihr wisst auch ich doof bin ich wüsst ihr wisst doch ich habe jetzt keine gute Phase gefunden dass ich euch rauskasten kann aber jetzt habe ich ja gerade davor gemacht davor habe ich da gemacht als ich die 5 Minuten da verschwendet habe aber gut dann halt nicht Mensch so jetzt mache ich aber kein gescheit komm ja 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 so ja ja genau so perfekt okay so sorry aber es ist okay so muss es sein jetzt habe ich die ich schaffe ihr leben so jetzt komm nein wie soll ich denn da rankommen wie soll ich denn jetzt besiegen diesen clown da ein das ist doch jetzt echt eine kack oder was oh gott das darf doch nicht verraten oder junge jetzt ernsthaft wie soll ich da rankommen wie soll ich da rankommen jetzt wie soll ich da rankommen jetzt ja wie soll ich da rankommen jetzt wie denn wie pass an ich bin dumm wisst ihr doch ob ich dumm bin aber ist okay jetzt genau ranrempeln und nicht anderen scheiß machen wie ich immer wollte und will okay ich möchte genau also okay so muss es sein alles klar okay da ist ja super drin aber die super kann ich glaube ich ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich da auch hoch kann wenn ich da mich irgendwie gut anstrengen aber ne ich glaub das geht nicht ich muss andere weder für hinten hoch bekommen also dann komme ich da nicht hoch okay gut dann mach es halt nicht außerdem ist auch da das überlegt auch weg das überlegt auch der der hinweg und nicht der nicht der weg wo ich jetzt hin soll deswegen also okay also okay baby muss es wirklich sein und da ist auch der boss gewesen und das war es aber auch schon und die schatzkirche kann ich noch nicht öffnen und das mache ich auch so wenn ich erst das kann wenn ich es kann dann mache ich auch so und jetzt eröffnen wir uns erst den ersten drachen wir eröffnen einfach der erste drachen einfach genau alles klar vielen vielen dank immer schön draufschlagen aber ist okay alles gut okay schön auf genau draufschlagen und schön wie sie die ganzen vier hier so muss doch sein genau finde ich auch so hier ist auch nichts hier ist überhaupt gar nichts hier ist ja gar nichts okay ja nicht hier ist nur ein leben aber das leben das kümmer uns am achschlecken das brauchen wir das brauchen wir zwar aber das hilf uns nicht weiter aber ist egal so hier ist übrigens eine hier ist übrigens eine eine frau die du kochst oder irgendwas anderes ich weiß ja nicht wie man die nennen die frauen aber ist egal die schnauze jetzt reißen aber echt ey meine jüdiger sind echt jetzt die fischer oder aber ist egal jetzt kommen wir her du FICHER du Mischstück ey so ich habe dich leicht gehört hast du gesehen ich habe dich leicht gehört ey so muss es doch ah nicht wirklich sein genau so ist echt leise gemacht ihr lieben ja leider ist der paar auch gleich bei uns schon aber ich muss sagen das war ja auch ich habe das Glück gemacht heute das will ich sagen jetzt bis zum nächsten Mal schau Dankeschön fürs dabei sein ihr lieben ich habe ein bisschen Pech was egal bis zum nächsten Mal bei Spybo äh reicht nicht Trilogia ich hatte ich hatte schon geile Spaß okay jetzt bis zum nächsten Mal ich danke euch ihr lieben es gehe beim nächsten Mal weiter und dann nicht weiter das will ich sagen ich bin sofort ich habe noch ich habe noch ich habe noch ich habe noch